Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWD Sports. Heute Teil 2 des Red Bull Erzberg Romeo. Heute war der Prologue. Ist geil, ist wirklich geil. War fast ein bisschen schnell heute. Ich bin wieder zu spät gewesen, wie immer halt. Und dann haben sie mich gleich durchgewunken. Ich wollte mich noch ein bisschen akklimatisieren, ein wenig die Aussicht genießen, ein wenig mit den anderen Fahrern Small Dog halten. Und dann sagen die, nee, nee, du gehst jetzt gleich vor an den Start. Nach dem Start weiß ich nichts mehr. Echt. Aber ihr könnt es im Video sehen. War einfach geil. Das ist so ein überwältigendes Gefühl, wenn du da oben ankommst und weißt einfach gar nichts. Also ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Habe ich gedacht. Ich denke ja ziemlich wenig. Vielleicht habe ich da auch wieder nichts gedacht. Ich weiß es nicht. Einfach nur geil. Wie hat sich das angefühlt, die Strecke zu fahren? Wie die Strecke sich angefühlt hat? Es wird jetzt schwierig, wenn ich jetzt sage Dresden 44. Aber so hat es ja ausgesehen. War schon ziemlich zerbombt. Die großen Motorräder, die davor waren, die haben schon ihre Spuren hinterlassen. Und ich glaube, morgen wird es noch schlimmer. Und die ist dieses Jahr viel enger. Und ich finde es sehr anspruchsvoller. Nicht, dass mir der Anspruch zu hoch war. Aber sie war anspruchsvoller als sonst. Und den ersten Berg habe ich die Eier nicht gehabt, in den zweiten Gang zu fahren. Ich bin ja echt im ersten Eich gefahren. Ich habe gedacht, wenn mir die Mühle ausgeht mitten im Berg, dann kann ich einen auf Rob machen. Das war überwältigend. Wirklich überwältigend. Ich kenne wenige Gefühle, die einen so wirklich wegbeamen. Ich zeige euch jetzt den Lauf. Also ich finde die 16 Minuten, die kann man sich anschauen. Und schaut euch die Miets an, die ich überholt habe. Ich habe mich echt entschuldigt bei dir. Mein organizator. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020